Mein Patsuko-Bein geht nach vorne, die andere Hand auf den Boden und mit der Hand, wo das Bein vorne ist, gehe ich auf den Bauch. Diese Hand bleibt bis zum Ende auf dem Bauch liegen. Ich rolle nach vorne und steige gleich mit dieser Hand ab. Ich rolle nach vorne und schlage ab. Ich bleibe jetzt aber auf dem Rücken liegen und setze mich nicht auf. Ich bleibe liegen und liege auch seitlich. Nicht schlag auf dem Rücken, sondern seitlich.